In diesem kurzen Video möchte ich Ihnen unser Seminar Matrix in Form Special Lebensplan, Berufung, Karriere und Geldfluss vorstellen. Wie der Name schon sagt, geht es hier um die beiden Bereiche Berufung und Finanzen. Und diese beiden Bereiche hängen natürlich auch eng zusammen. Und deswegen haben wir hier ein Seminar, das diese beiden Bereiche zusammen behandelt, entwickelt. Und das Special Lebensplan Berufung, Karriere und Geldfluss eignet sich insbesondere auch für Matrix in Form Einsteiger. Das heißt, Sie brauchen noch kein anderes Matrix in Form Seminar vor diesem Seminar besucht haben. Sie können mit diesem Seminar starten. Wann ist das Seminar für Sie das Richtige? Das Seminar ist genau dann für Sie das Richtige, wenn Sie merken, dass Sie in Ihrer aktuellen Lebenssituation, in Ihrem beruflichen Bereich nicht zufrieden sind oder eben Ihr Geldfluss nicht stimmt. Ganz unabhängig davon, ob Sie jetzt schon wissen, wo Sie eigentlich hin möchten oder ob und nicht nur nicht wissen, wie oder ob Sie gar nicht wissen, was Sie denn wirklich in Ihrem Leben machen wollen, was Ihr Lebensplan ist, was Ihre Berufung ist. Und in diesem Seminar setzen wir energetisch daran an, Ihre Blockaden in diesen Bereichen zu beseitigen, um Sie von all diesen Fesseln zu befreien, die Sie ja uns selbst auferlegt haben, sodass Sie Ihr volles Potenzial wieder leben und auf die Straße bringen können. Und genau das ist das Ziel. Wollen Sie zum einen energetisch an Ihren Lebensplan, an Ihre Berufung erinnern, sodass Sie wieder Ihren Weg zurück zu Ihrem Weg finden, der für Sie der beste ist, wo Sie sich wohl, rundum wohl und glücklich fühlen. Und zum anderen wollen wir alle Blockaden aus dem Weg räumen, alle Glaubenssätze, negativen Denkmuster, die Sie aktuell noch blockieren, diesen Lebensplan zu leben oder, wenn Sie ihn bereits leben, dass der Geldfluss auch entsprechend stimmt. Und wie so ein Glaubenssatz sich auswirken kann auf Ihre berufliche Situation und auf Ihren Geldfluss, machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, wie Glaubenssätze in der Praxis wirken. Vielleicht geht es Ihnen auch so, ich hatte früher einen Glaubenssatz, ich kann mir keine Namen merken. Vielleicht geht es Ihnen wie mir damals oder vielleicht haben Sie auch schon Menschen beobachtet, die diesen Glaubenssatz haben. Kann man oft auf Partys erkennen oder auf gesellschaftlichen Anlässen, wenn man jemandem vorgestellt wird. Die schütteln dann jeden die Hand, stellen sich dabei vor und wenn man sich dann auch vorstellt, dann schauen Sie einen noch nicht einmal richtig an und sagen, ja, kann ich mir eh nicht merken und schauen schon weiter in die Runde. Und genau das passiert, wenn wir unseren Glaubenssatz haben, wir können uns keine Namen merken. Wir versuchen es erst gar nicht. Und natürlich ist uns nicht jeder Glaubenssatz so bewusst, wie vielleicht dieser einfache Glaubenssatz, dass man sich keine Namen merken kann. Aber Sie wirken im Unterbewusstsein. Und nehmen wir mal diesen Glaubenssatz, bleiben wir bei diesem Beispiel, ich kann mir keine Namen merken. In dem Moment, wo ich den Glaubenssatz habe, werde ich es gerne erst probieren. Und die ganz Freundlichen sprechen es ja sogar noch aus bei der Vorstellung, kann ich mir eh nicht merken. Wenn wir aber den Glaubenssatz haben, wir können sie uns merken oder zumindest nicht diesen Glaubenssatz, dass es nicht geht, dann werden wir es zumindest mal probieren. Und dann passiert eins, wir begrüßen denjenigen vielleicht mit Namen. Wir wiederholen dadurch den Namen. Vielleicht tun wir uns noch visualisieren den Namen und geben uns Mühe. Und dann funktioniert das Ganze. Und das war bei mir damals der Fall. Ich habe einfach geglaubt, es geht nicht und habe mir überhaupt erst gar keine Mühe mehr gemacht. Und seit ich diesen Glaubenssatz für mich aufgelöst, transformiert habe, kann ich mir auch Namen merken. Und ich gebe mir jetzt auch Mühe, mir Namen zu merken. Nur übertragen Sie das mal auf Ihren beruflichen Bereich. Mal angenommen, Sie haben eine Idee, die könnte Ihnen Millionen bringen. Wenn Sie aber den Glaubenssatz haben, Sie werden Ihnen Millionär, wenn Sie diese Idee gar nicht erst umsetzen. Ingegen haben Sie den Glaubenssatz, ich werde auf jeden Fall Millionär, egal was ich tue. Dann werden Sie mit noch jeder so kleinen Idee Erfolg haben können. Und das wird ein weiteres Ziel dieses Seminars sein, diese Glaubenssätze zu transformieren, die uns behindern, in unserer beruflichen Lebensplansituation weiterzukommen oder eben unseren aktuellen Geldfluss blockieren. Des Weiteren werden wir Sie mit Fähigkeiten verbinden. Fähigkeiten, die Sie vielleicht entweder schon haben oder für Ihren Lebensplan noch benötigen. Wir werden Sie da mit der Kraft von Vorbildern verbinden und Sie mit diesen Fähigkeiten verbinden, sodass Sie viel schneller, viel leichter Dinge umsetzen können. Wir werden ganz gezielt Ihren Geldfluss ankurbeln. Wir werden alle energetischen Blockaden hier beseitigen, und Sie mit Ihrem persönlichen Geldfluss verbinden und den Weg freimachen, dass wieder Geld zu Ihnen kommen kann. Wie gewohnt von unseren Matrix-in-Form-Seminaren, wenn wir das alles mit der energetischen Methode Matrix-in-Form, mit der Zweipunkt-Methode bei Ihnen anwenden. Das heißt, Sie werden im Rahmen des Seminars die Zweipunkt-Methode für sich selbst lernen, aber auch für andere, sodass Sie im Anschluss an das Seminar jederzeit auch wieder mit sich selbst mit dieser Methode arbeiten können, oder sich auch mit anderen Teilnehmern austauschen können und gegenseitig an sich arbeiten können. Oder, falls Sie als Coach tätig sind, auch mit Menschen, die zu Ihnen ins Coaching kommen, mit dieser Methode in Zukunft arbeiten können. Mehr zu der Methode finden Sie auf unserer Webseite. Da finden Sie jede Menge Hintergründe, Informationen zu der Methode und Sie finden auch über 2000 Feedbacks von Seminarteilnehmern. Nicht nur zu diesem Seminar, sondern grundsätzlich zu der Matrix-in-Form-Methode. Sie finden aber auch viele hundert Feedbacks speziell zu diesem Seminar. Es geht darum, dass wir wirklich Tag für Tag unsere Berufung leben. Und da wollen wir mit Ihnen hin, dass Sie nach dem Seminar mehr in Ihren Lebensplan, mehr in Ihre berufliche Mitte, mehr in Ihre finanzielle Mitte kommen. Dass Sie in Zukunft Ihren Lebensplan in finanzieller Freiheit leben können. In diesem Seminar werden Sie sich zusammen mit den anderen Teilnehmern konkret energetisch ausrichten, Blockaden beseitigen. Und Sie werden Mittel an der Hand kriegen, all das, was wir vielleicht in den zwei Tagen nicht schaffen, da an sich nach dem Seminar selbst weiterzuarbeiten. Und damit Sie nach dem Seminar auch noch weiter an sich arbeiten können, haben wir ein zusätzliches E-Mail-Coaching-Programm, dass Sie am Anschluss an das Seminar etwa 30 Tage jeden Tag eine Mail bekommen, die Ihnen hilft, aus den restlichen, vielleicht noch verbliebenen Blockaden rauszukommen, diese auch noch aufzuhören. Sodass Sie am Ende dieses Programms und des Seminars wirklich eine ganz, ganz neue Energie im Bereich des Beruflichen und des Finanziellen haben werden und völlig neue, ungeahnte Wege für sich entdecken und gehen können. Und wir würden uns freuen, Sie vielleicht bald auf diesem Zwei-Tage-Seminar begrüßen zu können. Sie finden die Termine auf unseren Webseiten und können sich dann dort auch direkt zum Seminar anmelden. Vielleicht haben Sie auch gesagt, ich muss erst mal genauer gucken, was ist das denn so, was passiert denn da so. Dann haben wir für Sie die Möglichkeit, kostenlose Erlebnisabende zu besuchen, so dass Sie sich vorab mal informieren können über unsere Methode, über das Seminar, ein bisschen mehr noch, wie wir das hier in dem Video machen können und natürlich auch mal selbst unsere Methode für sich fühlen können. Wir würden uns freuen, Sie bald begrüßen zu dürfen. Ansonsten alles, alles Gute und vielleicht bis bald. Wir würden uns freuen, Sie bald. Vielen Dank.